So, das ist der Adonis. Bei dem ist es gar nicht so leicht wahrscheinlich. Guck mal, dass ich gutes Licht kriege. Um Adonis ein Foto oder ein Video zu machen, hallo Schatz, ist gar nicht so leicht. Jetzt hat es genau, weil er möchte nämlich immer dabei sein auf Schritt und Tritt. Mäuschen, warte mal. Gib mir jede Mühe. Hier ist er. Schau, das ist der Adonis. So, rechts kommt der Manta. Auch ganz ein toller, hallo Manta. Also unsere zwei tollen Burschen hier. Na so, der Manta. Genießt auch noch Mäuschen. Das Manta. Und der Adonis. Schau mal hier, mein Süßer. Schau mal hier. Ich glaube, du musst noch mal stehen. Du musst noch mal stehen lassen. Ja, netter Versuch. Und die Beste von der Besten, die Dula. Ganz bezauberndes altes Mädchen. Fit wie ein Turnschuh. Guck mal her, Dula. Lass dich mal anschauen. Ja. Dula. Guck, guck. Ja. Dula möchte immer schmusen. Dabei sein. So einen Oscar kriege ich für meine Videos nicht. Aber ich hoffe, ihr könnt ein bisschen sehen, wie toll unsere Podenkos sind. Hier haben wir nochmal den Manta. Manta, mein Schatz. Ja, der Manta. Die Dula. Die Nikita. Hallo, Nikita. Dich brauche ich eh auch. Nikita. Die sucht sich lieber ein Sonnenblätzchen. Hier ist die Nikita. Normalerweise hat sie so ein tolles Ringelschwänzchen. Sie lässt sich gerade ein bisschen hängen. Ja, und Adonis möchte nochmal in die Kamera gucken. Ja, super. Ja. 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 Ja.